Ihr seid alle verrückt, sage ich mal so, aber ich bin natürlich tief gerührt, dass ihr mir so viel zutraut und ihr so viel Vertrauen schenkt, dass wir das gemeinsam wochen werden. Und ich finde, der Porsche steht eigentlich für das, wofür wir stehen, also Qualitätsarbeit, Bodenständigkeit, das ist der Porsche, der zu uns passt. Und insofern, geben wir mal Gas dann. Und ich danke euch alle ganz herzlich.